Oh mein Gott, ah, wo fall ich? Ich glaube, ich falle. Wow! Oh, dann diese Geräusche. Aber wahrscheinlich kann ich dir nichts anhaben. Warte, sprich, okay. Safe. Oh oh. Alter, das hab ich mal in Ruhe lassen, das ist hier zu creepy. Was? Aber ich hab mir nicht ganz knapp rausgezogen. Der Walker hielt mich für tot, weil ich in der Auge gefallen bin. Er ist jetzt auch total weit durchgetötet. Tja, und jetzt wirst du sterben. Und dann werde ich wieder an das halte Walker sitzen. Aufhört, noch 15 AP. Und er ist tot. Das war's endlich mit dem, mit dem Minotauros-Boss. Ich bin jetzt bei Triton gelandet. Egal. Ich greif doch diese drei an. Vielleicht kann ich dann Triton wirklich besiegen und seine Roboter. Der andere bei der Ausstelle bitte, alles klar. Der andere bei der Ausstelle ist tot. Und dann ist er tot. Und dann ist er tot. Und dann ist er tot. Was ist denn? Ich durche. Ich durche. Ich durche. Ey, ich durche. Ich durche. Das war's jetzt. Wie ist ich, was der Lied? Ich durche. matched. Ich durche. Ah, ich durche. Und dann ist er nicht, ist er nett. Und dann ist er dir etwas deutlich. Egal. Woanders hin? Was? Auch nicht im Nächsten Prototyp. Und ein Stryton. Angriff! So, zack! Und... So, zack! Und... Lauf! Die Flame hat er noch? 3x5, okay. 3x5, Und... Ach! Alter Schwede! Puh! Wo ist Stryton? Ich bin... Ich bin... Woah okay sicherlich glaube ich so gut wie ich muss ich muss schnell zurück zu zuvor zur feste verborgen wo ich war vergleichbar also ich denke geschafft ich muss jedoch den mage befreien so ja ich auf aufgabe nach dem böswicht alter voller die kirche da extermination prototip und täter tot sind spekterlort tötet den letzten widerschaftskämpfer und den magier dann finden noch boah zu 2 und klingeln blöd jetzt schon hier und ich bin nicht hier um mich zu befreien das ist wahrscheinlich der mage oder ich muss wahrscheinlich Widerstand geben wäre ich sie schon irgendwo ist hier jemand kommt raus was Widerstandsgebfer nein 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 es wäre kein lort dafür wirst du so hart bezahlen was ist hier passiert es wird noch mal gehen kiff aus ausgeplast aus außen Er legt zu. Er ist doch ein guter Gegner. Und nur mit 200 HP. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Angriff. Oh nein. Ich habe nur einen Hit, in den ich richtig kann. Und weg, ja weg. Ich will wieder weg. Nein. Verfolgt er mich? Der Herr verfolgt mich. Mein Gott, Spekterlot. Jetzt weiß ich, warum du gegen alle Widerstandskämpfer kämpfst. Und warum du auch immer an der Seite des Walkers bist. Du bist einer der mächtigsten Kämpfer. Angriff. Oh nein, oh nein, oh nein. Egal. Engel. 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 Schaff? Engel.